hallo mein name ist simon und herzlich willkommen zum nächsten video der firebase tutorial serie heute wollen wir uns das hosting anschauen das heißt wie wir unsere unser lokales projekt wirklich auch ins internet bekommen so dass wir jetzt nicht nur auf localhost das ganze anschauen können sondern eben auch auf einer domain die bereits von firebase bereitgestellt wird wir gehen einfach hier in die firebase konsole in unsere projektübersicht und klicken auf hosting und falls ihr noch nicht das gestartet habt dann sollte dieser bildschirm hier kommen und wir können jetzt sagen wir starten wir haben die firebase tools schon installiert wir haben uns auch schon eingeloggt wir haben auch schon unser projekt initialisiert und wir wollen jetzt das ganze deployen was aber so noch nicht funktionieren wird denn wir haben wenn man hier reinschaut in die firebase.json die die konfigurations datei für firebase in diesem projekt noch kein hosting blog konfiguriert deswegen werde ich jetzt weiter zur konsole gehen und hier ein bisschen erklären was man hier zieht firebase stellt einem bereits schon verschiedene domains bereit die ganz einfach schon konfiguriert sind ihr seht da ist ein ssl zertifikat dahinter das heißt da muss man überhaupt nichts machen und google bereit ja google stellt schon alles bereit sorry für den fehler so man kann jetzt auch noch benutzerdefinierte domains hinzufügen das machen wir dann vielleicht später mal wir konzentrieren setzt darauf wie wir von unserem lokalen projekt das ich einmal hier ausführe mit npm run serve wie wir unser lokales projekt von localhost hier ins hosting bekommen und dazu benötigen wir einen neuen blog in unserer firebase json und dieser heißt hosting und diese hosting blog ist auch wieder ein objekt so und diese hosting blog braucht ein public directory das heißt wir müssen hier definieren wo sind denn unsere unsere informationen die wir dann auf den web server von google deployen wollen und das geht mit diesem public keyword und hier definieren wir jetzt einfach unseren folder den wir dann bereitstellen wollen dieser folder kann sehr unterschiedlich sein und hier fehlt glaube ich noch ein Komma genau dieser folder kann sehr unterschiedlich sein je nachdem was man eingestellt hat in der package json hier sieht man jetzt mit vuecli service build zum beispiel wird ein dist ordner angelegt den man hier auch noch konfigurieren kann das lassen wir auch für heute wir lassen das einfach mal alles bei den standardeinstellungen und sagen ganz einfach npm run build so man sieht vuecli service wird ausgeführt und hier sagt auch die konsole noch mal ja wir bauen jetzt für production das heißt es werden sachen minifiziert 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 sagt man es keine ahnung und man bekommt letztendlich hier dann auch angezeigt wo das ganze die pleut wurde wie groß es ist und wie großes gesippt ist man sieht build complete the dist directory is ready to be deployed perfekt das heißt wir haben hier unser dist repository können auch hier die index html zum beispiel anschauen sehen aha hier wird verwiesen auf ein generiertes javascript was dann im endeffekt hier drin ist so wir haben jetzt in firebase json auch diese hosting komponente drin und können jetzt sagen firebase deploy minus only hosting denn wir wollen jetzt zum beispiel nicht unsere firestore rules neu deployen sondern lediglich das hosting einmal enter und jetzt sehen wir okay es heißt hier deploying to fire demo 1338 deploying hosting beginning deploy found eight files und ist okay und wir sehen tatsächlich cool wir haben tatsächlich jetzt eine app die pleut ins internet öffentlich verfügbar so wenn ich das ganze hier aktualisiere sollte man glaube ich auch hier genau man sieht jetzt auch hier den release verlauf von mir eben hochgeladen und kann jetzt auch das ganze besuchen indem man hier zum beispiel drauf klickt und wir sehen bitte einloggen ja wir sehen jetzt ganz einfach unsere lokale app die pleut im internet auch mit der anderen domain wird darauf gelingt firebase app und einmal web.app je nachdem ist jetzt nicht ideal aber man kann schon mal damit arbeiten das war's für dieses mal und ich freue mich wenn wir uns das nächste mal wieder sehen und bis dann tschüss 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 Vielen Dank.